Herzlich Willkommen zu Vorlesung 8 Organische Chemie für Nebenfächler. Heute schauen wir uns die Chemie von Carbonyl-Verbindungen an. Das heißt also, welche Art von Chemie können wir an dieser C-Doppelbindung O, die wir bereits bei Aldehyden und Keton kennengelernt haben, eigentlich durchführen. Zum Ende der letzten Vorlesung haben wir einen Ausblick auf Verbindungen mit einer C-O-Doppelbindung gemacht. Wir haben festgestellt, diese Verbindungen werden allgemein als Carbonyl-Verbindungen zusammengefasst. Je nachdem, was für Restgruppen wir hier in diesem Molekül vorliegen haben, an dieser C-O-Doppelbindung, haben wir dann andere unterschiedliche Bezeichnungen. Also bei einem Wasserstoff für X und einem Alkyl- oder Aryl-Rest, hier R, sprechen wir von einem Aldehyd, bei einem weiteren Alkyl- oder Aryl-Rest von Keton, beim OH-Rest von Carbonsäure und so weiter. Wenn Sie das nochmal durchgehen wollen, verweise ich Sie auf die letzten paar Minuten der letzten Vorlesung. Der Kohlenstoff selber an dieser Carbonyl-Gruppe ist SP2-hybridisiert. Das heißt, diese Bindungen CX, CR und C-O sind alle Co-Planar mit Winkeln von rund 120 Grad dazwischen. Eben, weil es sich hierbei um einen SP2-hybridisierten Kohlenstoff handelt. Dieser Kohlenstoff kann jetzt mit Nukleophilen reagieren. Der ist Delta-positiv, Sauerstoff selber ist Delta-negativ, höhere Elektronegativität. Wenn wir also ein Nukleophil vorliegen haben, mit einer echten Ladung oder mit freien Elektronenpaaren, können wir hier jetzt einen nukleophilen Angriff auf diesen Kohlenstoff starten. Analog dazu kann die Carbonyl-Gruppe auch mit Elektrophilen reagieren. Sie wissen, am Sauerstoff haben wir freie Elektronenpaare zur Verfügung. Das heißt also, von denen kann ein Angriff auf ein Elektrophil ausgehen. Beginnen wir also mit dem Fall einer C-Doppelbindung O-CH-Endgruppe. Die können Sie ebenso darstellen als unser Rest, Alkyl oder Aryl, und ein CHO. Das steht, wie wir schon gesagt haben, für unser Aldehyd oder Alkoholos Dehydrogenatus. Nicht etwa ein Zauberspruch aus Harry Potter, sondern ein Alkohol, der dehydrogeniert wurde. Hier haben wir beim letzten Mal gesehen, können wir aus Alkohol durch Oxidation Aldehyde machen. In der Nomenklatur kennzeichnen wir Aldehyde entweder mit der Endung Al oder Aldehyd oder mit einem Präfix Formül. Hier habe ich ein paar Beispiele für Sie aufgeschrieben mit den Trivialnamen in Klammern. Hier haben wir unser Methanal oder Formaldehyd. Mit zwei Kohlenstoffen hier in der Sackkette sprechen wir von einem Ethanal oder Azetaldehyd. Und hier haben wir noch ein paar funktionalisierte Aldehyde, also hier in diesem Fall eine Formül Essigsäure. Hier haben wir unsere Aldehydgruppe in Grau gekennzeichnet oder unser Formül Methionin. Hier ist der Präfix Formül für diese Aldehydgruppe gewählt. Hier noch ein paar weitere Beispiele von Aldehyden. Wir haben hier das Ethanal oder das Azetaldehyd, das Propanal oder Propionaldehyd, Butenal. Also hier haben wir in zweier Positionen in der Kette eine Doppelbindung und dann unsere C-Doppelbindung O in einem konjugierten System. Hier haben Sie das Pyridoxalphosphat, also hier ist unsere Aldehydgruppe wieder zu finden. Das Benzaldehyd oder das Salicylaldehyd. Hier hängen dann jeweils als Reste unsere Aromaten dran. Das Vanillin haben wir bereits einmal angesprochen, als es um die Alkohole ging. Hier haben wir unser Alkohol, aber auch unsere Aldehydgruppe. Und die D-Glucose in offenkettiger Form beinhaltet nicht nur die Alkohol-Hydroxyl-Endgruppen hier innerhalb der Kette, sondern auch unser Aldehyd. Die offenkettige Form liegt in weniger als 1% der Moleküle vor. Analog dazu der Fall, dass unsere Karbonylverbindung jeweils zwei Alkyl- oder Arylreste hier an unserem SP2-hybridisierten Kohlenstoff hängen hat. In dem Fall sprechen wir von Ketonen, die wir dann mit der Endung On oder Keton kennzeichnen oder jeweils als Oxo- oder Keto-Verbindung mit einem Präfix versehen. Als Beispiel dazu einmal das Aceton. Hier haben wir unsere Dreierkette von Kohlenstoffen, also das Propan-On, um die Karbonylverbindung zu kennzeichnen, die Ketogruppe. Hier das Pyruvat oder die 2-Ketopropansäure, hier ist unser Säurerest, das COOH, oder das 2-Ketoglutarat oder Beta-Ketoglutarat. Hier sehen Sie auch, das sind zwei wichtige Ketone, die Sie als Stoffwechselprodukte oder als Zwischenprodukte vorliegen haben. Hier nochmal ein weiteres Keton, die korrekten Namen hierfür, da haben Sie die Auswahl zwischen entweder dem 2-Ketobutan, indem wir diese Viererkette hier als Basis nehmen und in Zweierposition unsere Ketogruppe verorten, oder das 2-Oxobutan. Dementsprechend können Sie ebenfalls bei Nomenklatur von den Restgruppen ausgehen, also in diesem Fall hängt an unserer C-Doppelbindung O jeweils eine Ethyl- und eine Methylgruppe, das heißt also auch hier haben Sie die Möglichkeit, von einem Ethyl-Methylketon zu sprechen, oder von einem 2-Butanon. Weitere Beispiele aus der Natur und aus dem Labor, Kampfer zum Beispiel, auch hier haben wir unsere Ketogruppe innerhalb eines Ringsystems, oder das Diisopropylketon, Zyklohexanon und unser Acetophenon. Hier noch ein etwas komplexeres Keton aus Stoffwechselkreisläufen, ja, das Progesteron, ja, ist ein Steroid-Hormon, ein Sexualhormon und noch einige sogenannte Ketonkörper, ja, die bei unbehandelter Diabetes mellitus auftreten und produziert werden. Dazu gehört auch das Aceton und das Acetoacetat, ja, aber klassischerweise, also historisch, wird auch das 2-Hmg, Hydroxymethylglutarat, zu diesen Ketonkörpern gezählt, obwohl es chemisch gesehen kein Keton ist. Zur Wiederholung aus der letzten Vorlesung. Wir wissen bereits, dass wir Aldehyde und Ketone darstellen können, indem wir primäre und sekundäre Alkohole oxidieren. Ja, Sie erinnern sich an die letzte Vorlesung, wie wir die Oxidationszahlen, den jeweiligen Kohlenstoffzentren, zugeordnet haben und auch zu dieser kleinen Übung lade ich Sie hierbei auch ein. Hier gehen wir zum Beispiel von einem primären Alkohol aus und bei Oxidation erhalten wir unser Aldehyd und bei weiterer Oxidation können wir eine Carbonsäure aus diesem Aldehyd erzeugen. Beim sekundären Alkohol hingegen, ja, sind wir nach einer Oxidationsstufe beim Keton angekommen und können hier jetzt nicht mehr weiter oxidieren, ohne Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen irgendwo in ihr Molekül zu brechen und Abbauprodukte zu erzeugen. Dementsprechend sehen wir hier auch, ja, wir haben hier wieder die Möglichkeiten zu Wasserstoffbrückenbindungen, Van der Waals-Interaktionen und Dipol-Dipol-Interaktionen. Dementsprechend sehen wir auch hier, wenn wir vom Propan, ja, dem reinen Kohlenwasserstoff zum Propanal gehen, haben wir eine Erhöhung des Siedepunktes, ja, analog zu der Erhöhung des Siedepunktes, den wir beim Propanol beobachten und auch beim Aceton und Isopropanol haben wir dann dementsprechend höhere Siedepunkte eben aufgrund der Möglichkeiten dieser sekundären Interaktionen inzwischen den Molekülen. Auf der letzten Folie haben wir uns nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass Aldehyde und Ketone aus der Oxidation von Alkoholen dargestellt werden können. Hier nochmal die Umkehrreaktion. Wir können natürlich dann auch wiederum aus Aldehyden und Ketonen, also es sind Karbonyl-Verbindungen hier oben allgemein dargestellt, durch Reduktion Alkohole herstellen. Gebräuchliche Reduktionsmittel sind elementarer Wasserstoffgas und ein Katalysator, zum Beispiel Palladium, Platin und so weiter. Zink und Zinn werden oftmals eingesetzt oder Sulfide oder eben auch komplexe Hydride. Dazu gehören Lithium-Aluminium-Hydrit, das Diburan oder das Natrium-Bohr-Hydrit. Und was diese komplexen Hydride im Prinzip machen, sie sind eine Quelle von, ja in Anführungszeichen, H-. Ja, H- würde natürlich nicht vorliegen in einer Reaktion, aber sie müssen sich im Prinzip die Aktivität dieser komplexen Hydride hier als eine Quelle von H- vorstellen. Wir spielen das mal in einem Beispiel durch. Ja, in einem ersten Schritt nehmen wir uns hier unsere Karbonyl-Verbindung, also unsere C-Doppelbindung O mit zwei Restgruppen und behandeln das mit unserem Natrium-Bohr-Hydrit. Ja, hier müssen wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen, was für Bindungen wir jetzt brechen und neu formen. Schauen wir uns dazu mal schnell die Orbitalbetrachtung hier links an. Wir haben hier als das höchste besetzte Molekularorbital unsere Sigma-Bindung zwischen dem Bohr und dem Wasserstoff. Und von hier aus können wir einen Angriff starten auf unser SB2-hybridisierten planaren Kohlenstoff. Ja, auch hier wieder entweder von oben oder von unten. Und wir verlagern hier mit Elektronendichte unser Pi-Sternchen-Molekularorbital hier zwischen dem Kohlenstoff und dem Sauerstoff. Das stelle ich hier nochmal in dieser Reaktionsgleichung dar. Ja, wir trennen unsere Bohr-Wasserstoff-Bindung auf und reagieren dann durch das Proton an den Kohlenstoff. Und dabei brechen wir dann simultan diese Kohlenstoff-Sauerstoff-Doppelbindung auf. Der erste Schritt geht also langsam vor sich. Ja, Sie erinnern sich, wir haben hier ein planares SB2-Kohlenstoffatom und jetzt gehen wir in ein tetraedrisches SP3-Kohlenstoff über. Das heißt also, im Übergangszustand ist hier wieder an diesem Kohlenstoff eine ganze Menge los. Also wir haben dann wieder vier Substituenten in der Nähe. Das heißt also, dieser Reaktionsschritt läuft auch dementsprechend langsam ab. Und wir verlagern Elektronendichte in dieses delta-negative, elektronenliebende, also elektronegatives Sauerstoff hier. Und wir haben dann tatsächlich eine echte negative Ladung hier am Sauerstoff. Jetzt können wir aus der Lösung zum Beispiel ein weiteres Proton, ein saures Proton irgendwoher abstrahieren. Und in einem sehr schnellen Schritt unser O- hier protonieren. Und so erhalten wir dann von unserem Karbonyl erhalten wir dann unser Alkohol. Reduktionen von Karbonylverbindungen spielen auch in der Biologie eine ganz entscheidende Rolle. Wir spielen das Ganze einmal an der Reduktion von Pyruvat zu Lactat einmal durch. Und das ist ein Prozess, der bei der anaeroben Glykolyse stattfindet. Das heißt also bei der enzymatischen Zersetzung von Zuckern unter anaeroben Bedingungen. Das heißt also unter Ausschluss von Sauerstoff. Dies ist zum Beispiel der Fall bei der Fermentation von Zuckerlösungen durch Hefe. Also bei der Herstellung von Alkohol auf diese Art und Weise. Wir fangen also hier wieder mit unserer Karbonylverbindung an und reduzieren hier auch wieder zu einem Alkohol. Hierbei kommt unser Wasserstoff oder unser H-Äquivalent aus der reduzierten Form eines Coenzyms, des NADs. In der reduzierten Form stellen wir das dar als NADH. Das NAD sehen Sie hier einmal abgebildet. Das ist diese funktionelle Gruppe mit unserem Rest. Und der Rest ist hier. NAD selber steht für das Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid. Also da ich mich selber schon dabei verhaspel, ist es leichter das Ding abzukürzen als NAD. Ja, das heißt nochmal, NADH ist die reduzierte Form davon. Wir haben hier also ein reaktives H-Äquivalent, was dann dementsprechend an dieses Delta-positive SB2-hybridisierte Kohlenstoff addiert werden kann. Ja, ich habe hier noch einen Schritt übersprungen. Wir können dieses Wasserstoff auch in einem Zwischenschritt addieren und erst dann die positive Ladung hier im Ring delokalisieren. Das ist hier gezeigt. Hier haben wir die oxidierte Form des NADs, also das NAD+. Und haben hier eine delokalisierte positive Ladung innerhalb des Ringsystems. Die reduzierte Form unserer Karbonylverbindung kann jetzt wieder reprotoniert werden und wir erhalten dann auch unseren Alkohol. Auf Folie 3 haben wir ja schon besprochen, dass Karbonylverbindungen wie Aldehyde und Ketone auch mit Nukleophilen reagieren können über dieses Delta-positive SB2-hybridisierte Kohlenstoff. Und ein so ein Nukleophil kann zum Beispiel Wasser oder können auch Alkohole sein. Ja, in diesen Fällen haben wir stets einen Angriff dieser freien Elektronenpaare am Sauerstoff hier an dieses Delta-positive Kohlenstoff. Und machen dann bei der Addition von Wasser an einen Keton oder einen Aldehyd dementsprechend unser Hydrat. Bei der Reaktion eines Ketons mit einem Alkohol haben wir hier ein Halbketal. Ja, das heißt also hier haben wir unsere Rest-Sauerstoff-Kohlenstoffbindung und eine OH-Gruppe dran. Hier sprechen wir von einem Halbketal und bei der Reaktion von einem Aldehyd mit einem Alkohol sprechen wir dann hier von einem Rest-Sauerstoff-Kohlenstoff-OH. Allerdings haben wir hier noch eine CH-Bindung mit drin, sprechen wir von einem Halbacetal. Solche Reaktivitäten dieses Kohlenstoffes können wir auch intramolekular betrachten. Ja, und zwar immer dann, wenn diese Kette hier ausreichend groß ist, dass wir einen entspannten Ring hier bilden können. Ja, in diesem Fall haben wir einen Angriff dieses freien Elektronenpaars von dem terminalen OH hier auf diesen Delta-positiven Kohlenstoff und die Schließung zu einer Ringstruktur. Ja, und wir erzeugen auf diese Art und Weise auch hier wieder, haben wir einen Kohlenstoff, eine O-Rest-Gruppe, ja genau wie hier, eine OH-Gruppe, genau wie hier und eine CH-Bindung, genau wie hier. Also haben wir in diesem Fall ein zyklisches Halbacetal geschaffen. Schauen wir uns die Bildung von Ketalen und Acetalen einmal ein bisschen genauer und mechanistisch an. Ja, in diesem Beispiel spielen wir die Herstellung von Halbketalen und Vollketalen einmal an der Reaktion von Aceton, hier dargestellt in Blau, und Methanol in dargestellt in Rot einmal durch. Auch hier identifizieren wir unser Methanol als unser Nukleophil. Ja, wir haben hier freie Elektronenpaare zur Verfügung und einen Delta-positiven Kohlenstoff hier in unserer Karbonylverbindung. Das heißt, wir können im ersten Schritt hier an dieses Kohlenstoff angreifen. Wir haben danach also hier eine positive Ladung an unserem Sauerstoff und eine negative Ladung hier an dem gegenüberliegenden Sauerstoff von unserem Aceton. Jetzt können wir dieses Wasserstoff umlagern, indem zum Beispiel ein weiterer Methanol dieses Wasserstoff abstrahiert oder Wasser das tut und dann unser O- hier von einem anderen protonierten Methanol oder protonierten Wasser ein weiteres Wasserstoff abzwackt. Das heißt, in diesem Fall haben sie hier reprotoniert, das habe ich hier dargestellt und hier haben sie ihr Proton verloren. Das heißt also, wir sehen hier an diesem Kohlenstoff haben wir zwei Reste, zwei Methylgruppen. Wir haben einmal unsere CO-O-Restgruppe und eine OH-Gruppe. Hierbei handelt es sich also um ein Halbketal. Jetzt können wir erneut protonieren, ja, und zwar an dieser Hydroxylgruppe hier. Und Sie sehen wieder, aha, ich habe hier eine gute Abgangsgruppe geschaffen. Das hier ist mein H2O-Plus, ja, Substituent, bei dem wir sehr leicht diese Sauerstoff-Kohlenstoff-Bindung aufbrechen können. Wir eliminieren also unser Wasser und haben hier unser planares Carbocation geschaffen, was auch hoch substituiert ist, also auch stabil ist. Jetzt können wir einen weiteren nukleophilen Angriff von einem weiteren in der Lösung vorliegende Methanol vornehmen, und zwar an diesem Carbocation. Auch hier wieder können wir unser Proton an zum Beispiel Wasser oder an andere Methanolmoleküle in der Lösung abgeben. Ja, das sehen Sie hier verdeutlicht. Und dann erreichen wir hier unser Vollketal oder einfach nur Ketal genannt. Ja, wir gucken nochmal nach den funktionellen Gruppen an diesem Kohlenstoff. Wir haben hier jeweils zwei Reste in Form von diesen Methylgruppen aus unserem Aceton und wir haben jeweils eine CO-O-Rest und nochmal CO-O-Rest Gruppen hier dran hängen. Das heißt also im Unterschied zum Halbketal haben wir diesmal keine Hydroxylgruppe mehr, sondern können hier das Ding als Vollketal beschreiben. Und für diese Ketal- oder Acetal-Bildung, wie wir sie schon gesehen haben in diesen ganzen Schritten, brauchen wir Protonen, saure Protonen. Das heißt, das wird auch nur bei saurer Katalyse vor sich gehen. Bei der nukleophilen Addition an unsere Karbonylverbindung können wir auch andere Nukleophile einsetzen. Und eines, das wir bereits kennengelernt haben, ist unser Amin. Das heißt, in diesem Fall ist unser Stickstoff, freies Elektronenpaar, das Nukleophil und wir können hier an dem Delta-positiven Kohlenstoff angreifen. Nun können wir relativ lang diese Verbindung hier deprotonieren und am Sauerstoff reprotonieren und erhalten dann unser Aminal. Sie sehen auch hier wieder, sehen wir uns die Substituenten an diesem SP3-hybridisierten Kohlenstoff jetzt mal an, haben wir jeweils zwei Endgruppen, die Methylgruppen sind. Wir haben unsere neu addierte, funktionelle Gruppe, hier in diesem Fall unser Amin und wir haben eine OH-Gruppe. Das heißt also, das wäre unser Äquivalent eines Halbacetals. Hier natürlich anstelle eines Alkohols haben wir ein Amin addiert, deswegen sprechen wir von einem Aminal. Nun können wir unser Wasser hier abspalten. Ja, also wir nehmen hier unser H2O aus der Verbindung mit raus und schaffen auf diese Art und Weise eine schiffsche Base, ja, ein Imin, also eine C-Doppelbindung N-Verbindung. Analog dazu, wenn Sie mit anderen Aminen als primären Aminen arbeiten, können Sie, ja, heteroanaloge Karbonylverbindungen auf diese Art und Weise kreieren. Anstelle des Imins können Sie auch Oxime generieren oder Hydrazone, ja, hier mit dieser Stickstoff-Stickstoff-Bindung mit drin. Das heißt also, im Endeffekt haben wir unseren Sauerstoff, unsere Karbonylverbindung, also unser O, ausgetauscht durch ein NX, ja, je nachdem, was für ein Nukleophil wir hier im ersten Schritt benutzt haben. Die Chemie von Iminen spielt in biologischen Stoffwechselvorgängen eine ganz entscheidende Rolle, und zwar bei der sogenannten Transaminierung, ja. Sie fangen also mit einer Aminosäure an und können diese zu einer Ketokarbonsäure umfunktionalisieren durch ein Co-Enzym. Hier in diesem Fall ist es das Pyridoxalphosphat, ja, das wird aus Vitamin B6 gemacht. Und Sie verschieben eine Alpha-Amino-Gruppe, ja, eine Aminosäure hier zuerst auf ihr Co-Enzym und später auf eine andere Ketokarbonsäure. Gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an hier. Hier in diesem Fall haben wir einen Angriff unseres Nukleophils, nämlich der Aminosäure, auf unser Co-Enzym, wo Sie hier ihre Aldehyd-Gruppe sehen. Sie machen also hier eine neue Imin-Bindung und durch Tautomerie, ja, können Sie dieses Proton jetzt auch umlagern innerhalb dieses Moleküls. Ja, Tautomerie kennen Sie ja bereits, ja, das ist die intramolekulare Verschiebung eines Protons auf ein in der Nähe liegendes Elektrophil. Ja, also hier in diesem Fall verschieben wir dieses Proton, dieses saure Proton hier von der Aminosäure auf das Delta-negative Kohlenstoff des Imins hier, ja. Im nächsten Schritt können Sie dann diese Bindung hier, diese Imin-Bindung hydratisieren und Sie erhalten dann hier die Brechung dieser Imin-Bindung und Ihre Alpha-Ketokarbonsäure. Und auf dem gegenüberliegenden Ende haben Sie jetzt eine neue Bindung zwischen Kohlenstoff und Stickstoff geschaffen und hier haben Sie dann eine reaktive Amin-Gruppe, die Sie jetzt auf eine andere Alpha-Ketokarbonsäure zum Beispiel verschieben können. Tautomerie ist also die intramolekulare Wanderung eines Wasserstoffs an ein freies Elektronenpaar oder an eine Ladung innerhalb des Moleküls. Und Ketone oder auch Aldehyde sind in der Lage, solche Tautomerie innerhalb des Moleküls zu betreiben. Ja, bei der Tautomerie ist das anders als bei der Mesomerie, um eine echte chemische Reaktion, bei der neue chemische Bindungen entstehen und andere chemische Bindungen aufgelöst werden. Ja, das heißt also, das ist eine Reaktion mit einem chemischen Gleichgewicht. Und bei den Ketone oder Aldehyden können wir dementsprechend zwischen einer Ketoform und einer Enolform hin und her schalten, je nachdem wohin dieser blau eingezeichnete Wasserstoff wandert. Ja, Enol deswegen, da wir nun von einem SP3-hybridisierten Kohlenstoff zu einem SP2-hybridisierten Kohlenstoff gelangen, ja, also eine CC-Doppelbindung, eine En-Bindung ausbilden und dabei auch aus unserer Carbonyl-Gruppe eine Hydroxyl, also eine Alkohol-Gruppe generieren. Ja, deswegen also auch hier links unser Keton und durch intramolekulare Wasserstoffwanderung, also durch Tautomerie, erzeugen wir unser Enol, also unser Enol. Ja, diese Gleichgewichte sind auch unterschiedlich geartet, ja, das heißt in der Enolform, hier in diesem Beispiel des Acetons, haben wir nur weniger als 1% der Moleküle zu jeder Zeit vorliegen, auch hier ist das Gleichgewicht ganz klar auf der Seite des Ketons und nur 1,2% dieser Substanz, dieses Zyklohexaketons liegen in der Enolform vor. Trotzdem lässt sich damit Chemie betreiben. Wie diese Keto-Enoltautomerie im Detail abläuft, sehen wir uns als nächstes an. Der Wechsel zwischen Keton und Enol hängt nämlich mit der unmittelbaren Azidität, ja, also mit der sauren Eigenschaft dieser CH-Bindung hier am Alpha-Kohlenstoff zusammen. Ja, diese Alpha-Beta-Numerierung hier ist eine Relation zu unserer Karbonylgruppe, ja, das heißt das Alpha-Kohlenstoff ist gleich das benachbarte Kohlenstoff zu unserer Karbonylgruppe. Und schauen wir uns hier mal die Wasserstoffe an, diesem Alpha-Kohlenstoff an, ja, so sehen wir, aha, die sind im Prinzip hier direkt in der Nähe einer elektronenakzeptierenden Gruppe, ja, wir haben hier also einen Elektronenzug dieses Karbonylsauerstoffs weg von diesem Alpha-Kohlenstoff. Und dementsprechend lässt sich diese CH-Bindung auch relativ leicht brechen, ja, hier zum Beispiel durch eine Base. In diesem Fall greift die Base eines der Wasserstoffe am Alpha-Kohlenstoff ab. Wir brechen unsere Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung auf und bilden eine neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung auf. Gleichzeitig lösen wir auch diese Karbonyl-C-Doppelbindung-O-Bindung auf und verlagern Elektronendichte auf unseren elektronegativen Sauerstoff. So gelangen wir also zu der konjugierten Base oder einem Enolat-Ion. Die Enolform von Ketonen kann auch stabilisiert werden, und zwar durch verschiedene Faktoren. Wir sprechen hier mal zwei durch. Zum einen kann die Stoffe folgen, ja, wie hier zum Beispiel im 1,3-Dicarbonyl, in der 1,3-Dicarbonyl-Verbindung. Ja, die Ketoform liegt nur zu 20% vor und zu 80% haben wir tatsächlich diese Keto-Enolform vorliegen. Dies stabilisiert nicht nur durch eine Konjugation dieser Doppelbindung zueinander in dieser Keto-Enolform, sondern auch natürlich durch Wasserstoffbrückenbindungen. Ja, das heißt also auch hier können Sie innerhalb dieses Sechsrings, der aus diesen drei Kohlenstoffen, den beiden Sauerstoffen und dem Wasserstoff besteht, durch Tautomerie diese Doppelbindungen umlagern und auch das Wasserstoff zwischen den beiden Sauerstoffen wandern lassen. Angeschlossene aromatische Systeme stabilisieren diese Enolform ebenfalls zu einem gewissen Grade. Das heißt also hier haben wir zu 91% unsere Ketoform vorliegen, wenn hier die Restgruppen Phenyle sind. In der Ketoform, also in der Enolform, haben wir ein etwas verlängertes, konjugiertes System und dadurch auch Stabilisierung, sodass 9% dieser Substanz in der Enolform vorliegt und 91% in der Aldehydform. Stabilisierung kann auch durch sterische Hinderung erfolgen. Hier in diesem Fall haben wir große Arylreste, ja, das heißt also hier diese sterisch sehr anspruchsvollen Endgruppen und hier wird die reaktivere Enolform zu 95% vorgezogen. Wir können diesen sauren Charakter unserer Wasserstoffe an einem Alpha-Kohlenstoff in einer Karbonylverbindung jetzt auch für Kondensationsreaktionen oder Additionsreaktionen nutzen. Hier in diesem Beispiel spreche Katalyse an unserem Azetaldehyd hierdurch. Das heißt, in Anwesenheit von Base können wir unser Azetaldehyd sehr einfach deprotonieren und dadurch unser Enolat-Ion hier generieren. In der Enolat-Form haben wir jetzt unseren Kohlenstoff, unseren Alpha-Kohlenstoff, in einen SP2-hybridisierten Kohlenstoff verwandelt und dadurch auch in einen guten Nukleophil. Das heißt, in Anwesenheit von anderen Azetaldehyd-Molekülen kann jetzt dieses Enolat-Ion hier einen nukleophilen Angriff über diesen delta-negativen Kohlenstoff starten. Ja, dieser Schritt ist also unsere Aldol-Addition und wir erhalten jetzt hier eine Verortung der negativen Ladung an unserem Sauerstoff. Dieser kann jetzt zum Beispiel einen Proton aus der protonierten Base aus dem ersten Schritt wieder abstrahieren und zu einer Hydroxylgruppe protoniert werden. Jetzt sehen Sie also, wir haben also unsere Base regeneriert und haben hier jetzt ein neues Alpha-Kohlenstoff mit sauren Protonen dran, die auch wieder sehr leicht abstrahiert werden können. Alternativ können Sie auch diese OH-Gruppe aus dem Molekül eliminieren, indem Sie hier dann auch die Bildung eines konjugierten Pi-Systems C-Doppelbindung O, C-C-Doppelbindung generieren können. Diese Verbindung von zwei Fragmenten, wie hier bei dieser Aldol-Addition unter Eliminierung eines kleinen Moleküls, zum Beispiel Wasser, bezeichnen wir als Kondensation. Hier in diesem ganzen Ablauf, wie gesagt, ist diese Kondensation auch dahingehend begünstigt, da wir hier jetzt ein konjugiertes Pi-System, also ein stabileres Molekül geschaffen haben. Sie erinnern sich an Folie 3, Karbonylverbindungen können nicht nur mit Nukleophilen reagieren, sondern auch mit Elektrophilen. Hier spielen wir das Ganze einmal durch bei der sauren Katalyse. Das heißt, wir haben hier Protonen vorliegen und können jetzt also unseren Karbonylsauerstoff nutzen, um ein Proton abzugreifen. Durch die Protonierung dieser Karbonylgruppe hier werden natürlich diese Wasserstoffe hier am Alpha-Kohlenstoff umso saurer. Das heißt, die können jetzt sehr leicht sich vom Molekül abtrennen und unser Enol bilden. Unsere Enolform hat jetzt hier einen Delta-negativen Kohlenstoff. Das heißt, wir haben hier in unserer Enolform einen nukleophilen Kohlenstoff. Der jetzt nun an einer weiteren Karbonylverbindung eine nukleophile Addition vollführen kann. So, jetzt haben Sie hier das fertige Zwischenprodukt unserer nukleophilen Addition, unseres Enols an eine andere Karbonylverbindung. Und Sie können jetzt durch Protonentransfer Ihre Karbonylgruppe rekonstituieren. Und hier haben Sie dann dementsprechend Ihre Alkoholrestgruppe. Der Unterschied also zwischen dieser sauren Aldoladdition im Vergleich zu der basischen Aldoladdition, die wir auf der letzten Folie hatten. Sie erinnern sich, bei der basischen Katalyse haben wir durch Deprotonierung unserer Karbonylverbindung hier unser Enolat-Ion geschaffen. Indem wir eines dieser sauren Protonen am Alpha-Kohlenstoff eliminiert haben. Bei der sauren Katalyse hingegen überführen wir unsere Karbonylverbindung in die nukleophilere Enolform, die dann über diesen nukleophilen SP2-hybridisierten Kohlenstoff hier einen nukleophilen Angriff auf eine andere Karbonylverbindung starten kann. Fassen wir also die Reaktionsmöglichkeiten unserer Karbonylverbindungen einmal zusammen. Wir haben gelernt, unsere Karbonyle können als Elektrophile reagieren. In diesem Fall haben wir eine nukleophile Addition an unser Delta-positives SP2-hybridisiertes Kohlenstoff unserer CO-Doppelbindung. Sie sehen hier diesen Delta-positiven Charakter dieses SP2-Kohlenstoffs in dieser Resonanzstruktur. Das heißt dementsprechend, wenn Sie ein Nukleophil haben mit einer echten negativen Ladung oder wie hier beschrieben, oder einem freien Elektronenpaar, können Sie einen nukleophilen Angriff auf dieses Kohlenstoff starten. So erhalten Sie dann Ihr Additionsprodukt. An unserem SP3-hybridisierten Kohlenstoff hängt jetzt nun unser Nukleophil. Und Sie haben hier Ihr Alkoholat-Ion geschaffen, was dann zum Beispiel reprotoniert werden kann zu einem fertigen Produkt. Alternativ kann unser Nukleophil auch, unser Karbonyl auch als Nukleophil eingesetzt werden. Wir haben das einmal angesprochen bei der Protonierung unseres Karbonyl-Sauerstoffes. Das heißt in Anwesenheit eines Elektrophils können hier diese freien Elektronenpaar am Sauerstoff einen Angriff am Elektrophil vornehmen. Das heißt in diesem Fall würde das Elektrophil am Sauerstoff hängen. An dieser Keto-Enol-Tautomerie haben wir auch gesehen, dass wir Protonen innerhalb des Enols verlagern können. Aus der reinen Keto-Form in die Enol-Form. Ja, Enol und dadurch machen wir hier unsere Alpha-Kohlenstoffe zu guten nukleophilen Reagenzien. Ja, das heißt also in diesem Fall könnte ein Elektrophil über dieses Kohlenstoff hier angegriffen werden. Reagiert unsere Karbonyl-Verbindung als Enol, bekommen wir die Addition des Elektrophils am Alpha-Kohlenstoff. Und als letztes Beispiel hier nochmal die Reaktion unserer Karbonyl-Verbindungen als Enolat. Ja, also in diesem Fall haben wir hier unser En, unsere CC-Doppelbindung und unser Alkoholat, also ein Rest O-. Sie wissen, Sie können hierfür auch Resonanzstrukturen zeichnen. Ja, das heißt also diese echte negative Ladung am Sauerstoff in diese Bindungen verlagern. Oder auch dementsprechend wieder zurück. Das heißt also, Sie haben hier Delta-negative oder real negative Ladungen jeweils an den Sauerstoff und an dem terminalen Alpha-Kohlenstoff. Das heißt, Sie können über beide Atome jetzt an einem Elektrophil angreifen und dementsprechend entweder ihr Elektrophil an den Sauerstoff addieren oder an das Alpha-Kohlenstoffatom. So, wie geht es also weiter? Wir haben ja jetzt die Chemie von Alkoholen und Karbonyl-Verbindungen durchgespielt. Als nächstes schauen wir uns Karbonsäuren an und welche Chemie damit nun möglich ist. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit, verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal.